Hallo, ich bin Hubertus Heil, ich bin 49 Jahre alt, ich komme aus Niedersachsen, bin Vater von zwei Kindern, ach ja, und ich bin Bundesminister für Arbeit und Soziales. Wollten Sie schon als Kind Bundesminister werden? Nein, als Kind wollte ich Ritter werden, bis ich festgestellt habe, dass es diesen Ausbildungsberuf nicht mehr gibt. Wenn Sie sich entscheiden müssten, Ausbildung oder Studium? Dieses Land braucht nicht nur Master, wir brauchen auch mehr Meister. Hartz IV oder Bürgergeld? Das Bürgergeld. Sanktionen beim Bürgergeld, ja oder nein? Ich will, dass wir unsinnige und unwürdige Sanktionen abschaffen. Aber es wird natürlich auch Mitwirkungspflichten geben. Können Sie uns jungen Menschen versprechen, dass wir später von der gesetzlichen Rente leben können? Ich werde dafür kämpfen, dass alle Generationen Sicherheit im Alter haben. Letzte Frage, was machen Sie in den nächsten vier Jahren anders als in den letzten vier Jahren? Vor allen Dingen habe ich die Chance, in einer neuen Koalition zu arbeiten, mit der viel, viel mehr möglich ist als mit der CDU. Ich freue mich auf diese neue Ampelregierung unter Olaf Scholz.